hallo und willkommen bei einer neuen folge minecraft war ja und bei mir ist der mecky hi leute und der sachse ja der verrückte sachse crazy sexen ganz schlecht ich muss zurück hier kommt schon wieder monster wird schon wieder dunkel gottes das verkackt so back to business wir können ja kurz schauen und mein zeugs wieder gewachsen ist auf jeden fall schnabulieren hier super bringt ein halbes herz ein halbes essen das war ja schnell weg aber dafür kann man ja andere sachen noch damit machen ich weiß auf jeden fall erst mal noch eine dings einer sagen wir schmeißt der müller war nicht einfach auf dem weg oder ist es sicher ich weiß dass dann hier auf dem weg ich bin immer noch in weiß ich wie viel meter tiefer noch mal sehen das war ganz kurz was anderes machen hier ein zwei drei hier botanien zeugs rein damit sie noch irgendwas von botanien da kann man erst mal essen draußen aus wächst auch nur sehr langsam so barley gut kann man anpflanzen so wie es aussieht logischerweise ja ja wie weit das jetzt hier bewässert wird ich habe keine ahnung wenn ich auf jeden fall da schon nicht mehr gut dann müssten wir hier mal noch ein was ist denn jetzt wieder das second stone was auch sehr rar ist ist kohle ne geht 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 wenn ich brauche es gehen meine höhen ist es genug drinnen dankeschön sehr gut so jetzt haben wir das erstmal können wir hier noch anpflanzen so und jetzt sind wir eigentlich erst mal hier ein bisschen zumindest versorgt was die Nahrung betrifft ähm, und jetzt werde ich mich erstmal hier an die Sache machen mit diesem Botania-komischen Flower-Dings da. Das heißt, rot, orange und zwei gelb. Äh, zwei gelb. Wo ist orange? Orange, orange, orange. Ich hatte doch orange. Wo sind die jetzt hin? Wo habe ich jetzt Basalt? Oh, Werkatze, Werkatze, Werkatze. Oh Gott. Wer hat Diamanten gefunden? Meine Wenigkeit. Geht's? Nice. Oh, warte mal, da müssen wir mal schauen. Zucchini, was können wir hier damit machen? Okay. Ach, dieses ganze Fressengedöns, ey. Das muss ich, glaube ich, auch mal in eine Kiste schmeißen. Das ist so viel. Wie war das für die Petal-Apothekari? Brauchte man Wasser, ne? Hm. Ja. Warum? Woran sollst du jetzt hängen? Ja, ich habe nicht mehr genug Iron Furn Bucket. Und der kommt da? Na gut, komm her, ist jetzt doof, aber. Ich habe eine Idee. Er hat eine Idee. Ja. Vorausgesetzt, ist alles ein bisschen blöd. Ich habe kein Holz. Ach doch, ich kann mir nochmal Holz hier haben. Idee. Idee, Idee. Ich muss jetzt hier erst mal sortieren, Leute. Das nützt alles nichts, weil... Ach, hier ist orange, Gott sei Dank. Wieder gefunden. Äh... Ich muss das jetzt wirklich mal hier ein bisschen nachmacht sortieren. Weil ansonsten ist das alles echt schlecht. Noch da rein, das kann noch da rein. So, und jetzt brauchen wir einen Seed. Einen Seed brauchen wir. So, dafür können wir hier den reinhauen. So, und jetzt müssen wir das alles hier reinschmeißen. Pass auf. Also, wir haben gesagt, einmal blau. Manisch. Einmal blau. Einmal gelb. Und einmal orange. Und ein Sieed, natürlich. So, einmal blau. Ach, das ist kein Wasser drin. Dann müssen wir natürlich noch Wasser holen. Aber dafür haben wir uns so einen wunderschönen Steg hier gebaut. Das uns einfach macht und den Bösewicht nicht hier hoch lässt. Das Geist ist eigentlich, ich kann den jetzt eigentlich schön ver... Hallo? Wo soll denn hin? Machen platt. Ja, ja, das ist hier diese Wehrkatze hier. Aber der hat sich hier im Wasser verkrochen. So, pass auf. Das da rein? Ja. Das rein. Das rein. Das rein. Und es sieht drauf. Äh, warum geht der Seed nicht? Hä, warum geht der Seed nicht da drauf? Der Seed pluppt immer wieder raus. Okay. Hä? Yellow Pedal. Blue. Orange. Da muss ein ganz normaler Seed dann rein, ne? Ich glaube. Okay. Mann. Das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich erisch bin. Ja, sag mal, ich bin doch nicht bescheuert. Wieso geht denn das jetzt mit dem Seed nicht? Aber der muss nicht zuerst... Ne, der muss ja schon zum Schluss drauf, oder? Ja. Logischerweise. Dann nochmal Wasser. Das müssen wir nochmal probieren. Das nützt alles nichts. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum es nicht geklappt hat. Einmal. Immer. Er nimmt den Seed nicht. Ey, das ist ja jetzt ein Scherzen schlechter, oder? Warum geht denn das nicht? Das ist das normaler Seed? Ich glaube es falsch. Okay. Ich brauche Light Blue und nicht... Das ist Löt. Das denn schon wieder, bitte, ey. Aber solche Pflanzen habe ich schon... Die habe ich doch mitgenommen. Warte mal, die habe ich doch mitgenommen. Ich habe sie noch nicht mehr, das ist das Problem. Wieder losrennen, wieder Botania-Pflanzen suchen. Boah, leckt mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Randy? Kommst du gefallen. Bist du in deiner Höhle? Hm. Da, da bin ich. Wieso? Okay. So. Ohne Werk, Katze. Vielleicht keine gute Idee. Randy, ich bin bei dir. Das ist doch schön. Züttel zu meinem Keller verboden. Ich bin aber schon drin. Viel Spaß, um mich zu finden. Ich will ja dich ja gar nicht finden. So, jetzt findet man... Hat jemand von euch Botania-like-Blue-Pflanze? Nee. Ist draußen jetzt schon wieder hell. Sag doch Bescheid. Nee. Einfach mal raus... Oh Gott. Oh Gott, ein Selkie, Alter. Ein Selkie mit 80 HP greift mich an. Wie krass, Alter. Wie krass. Oh, ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Nice. Krass. Alter, was hier für Viecher rumlaufen? Das ist nicht normal. Da oben. Hab welche gefunden. Auf jeden Fall hab ich jetzt einen Zugang zu Sachse. Unterricht verbunden, oder was? Oh Gott. Wir gar nicht wissen, was ihr in der Nacht da macht. Ja. Was gab es da? Da hat er eigentlich keinen Zugang. Sprich, du hast in der Höhle genutzt, die schon da war, von Dalu, und bist dann irgendwann auf den Haufen Erde gestoßen, hast die weggekloppt und bist dann in den komischen Schacht gekommen. Nee, ich hab mir einen eigenen Weg gekraben. Ihr wollt also abends komische Sachen machen, ja? Ja. Das ist sehr interessant. Finde ich auch. Aber ist okay, wenn es euer Ding ist, also, Gottes Willen. Ich würde dann lieber sagen, wenn die also... Du musst Spaß haben, sage ich immer. Was du immer denkst. Ich bin da nicht hart, weil ich sammle doch hier die Blumen auf. Wo sind denn die? Gut, so. Einmal zurück, jetzt können wir auf jeden Fall erst mal. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz ins Quest-Book schauen. Nightshade. Da muss ich mal schauen, was ich dafür brauche. Nightshade. Schwarz, Grey, Purple habe ich alles. Nice. Frage ist nur, was macht man mit den Pflanzen? Weiß die Libyaner, was man mit Nightshade-Pflanze macht und mit... Die würde ich gerne fragen, die ist gerade nicht da. Immer so mit den Frauen. Wenn man sie braucht. Ich verbrauche einfach so viel Nahrung, weil ich immer so rumhopse. Aber das Problem ist, dass es sonst alles zu lange dauert, wenn ich hier normal laufe. Hallo. Hast du mal einen Wassereimer, den du mir leihen könntest? Moment. Äh, du brauchst das Light Blue, ne? Hab ich. Ach, hast du schon? Gut. Das sehe ich schon. Was ist denn nun wieder? Mach das doch da rein. So, äh, kommst du her, ja, zu mir? Ja. Bin auf dem Weg. Woo! Da ist sie, Baby. Da ist sie, Baby. Damn. So, und jetzt war's. Äh, Black, Purple and Gray. Black, Purple and Gray. Oh, oh, ein teleportierender Magier wieder. Dann bleib weg von mir. Nee, ich komme zu dir. Nee, kommst du nicht. Doch. Nein! Bring den Janisch mit, Alter. Hast du ein Seed? Ein Seed? Äh, nee. Ich hab ein Beet, Radish, Carrot, Tomato und Soybean. Ist ja kein Seed, oder? Nee. So, hier. Äh, Wasser kannst du hier unten holen gleich direkt. Ja, danke. Ich hab noch grad, hab noch grad zu tun. Ich muss das hier mal schnell machen. Wär ich nicht fertig. So, dann. Gray. Da von zwei, da von zwei. Da eins. Yeah! Nächste Blume, Nightshade. Was ist Nightshade? Was macht die? Normalerweise ist die giftig. Das ist ein Nachtschatten. Ehrlich? Ja. Passiert aber nix. Okay. Egal. Questbook. Ach, ist das dämlich. Bin ja wieder ein Held. Brauch natürlich zwei von jeden. Oh, da wird's aber mit den Seeds auch eng, du. Das wollen wir noch abbauen, hier. So, warte, 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 warte. Dann, das schaffen wir in der Folge auf jeden Fall noch. Äh, schwarz. Bei, grau, purple. Eimer. Brauchst du den Eimer aktuell noch? Äh, ja, den hab ich gerade bei mir reingelegt, warte. Ja, dann behalt. Bin ich gesagt, du hast Eisen gefunden? Ich hatte Eisen gefunden, ja. Dann? Musst dich abgeben. Bist du verunglückt? Nee, musst dich abgeben. Wie abgeben? Du musst doch den einen Block abgeben als erstes. Ach so. Oder als zweiter. So, das rein. Rein. Und das andere war... Weimar gelb. Light blue und orange. Jana sagt gerade, die Nightshade ist das Pendant zur Sonnenblume. Also, die eben nachts automatisch, äh, Mana kreiert. Ah, und die andere macht tagsüber Mana? Ja. Die Day blue. Cool. Also, sollte ich da jetzt in die Nähe so einen Mana-Pool bauen? Genau. Wow, nice. Ich hab's fertig. Geht's? Ja, äh, ich könnte jetzt ne Day blue oder ne Nightshade, könnte ich, äh, könnte ich zwei nehmen von jeweils als Reward. Welches denn? Ja, was du meinst. Eigentlich auch sowas von Wurst, ne? Ganz genau. So, jetzt hab ich noch gekriegt Overcrowseed von Botania. Weiß ich, was das ist? Oh Gott. Weiß ich, was sind Overcrowseed? Ich frage gerade. Musste nachgucken, weiß er auch nicht auswendig. Okay. So, pass auf. Dann mach ich das jetzt hier so. Mach ich die mal weg. Die mal weg. Ich müsste es mal hier ein bisschen erweitern. Aber naja, gut. Äh, zack, zack. Zack. Wie weit die reichen, weiß denn natürlich keiner, ne? Ne, ich glaub drei, vier Felder. Okay. So, jetzt Transporting and Storing Mana. Okay, das geil ist. Ein Mana-Spreeder und ein Diluted-Mana-Pool. Das muss ich jetzt auf jeden Fall bauen. Das werde ich nicht mehr schaffen. Shit, Dreck. Ähm. Hm. Mana. Cool. Okay, da gibt's auch verschiedene, seh' ich grad. Den Diluted-Living-Rock. Living-Rock, den schaff' ich auf jeden Fall noch. Wenn ich meinen scheiß Living-Rock finde, wo ist das? Äh, wie stellte man noch mal eine Pure Daisy her? Äh, eingebend draufklicken, N.I. So, warte, dann brauche ich, weil ich müsste jetzt auch nachschauen, also, das wäre ja gut. Nee, ich will mal gucken, ob ich jetzt in der Folge den einen, ah, Gott, ich schaff' die Ich glaube, wir sind schon bei 19 Minuten 26, ne? Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen vorbei, die steht in der Beschreibung und auch alle anderen, die hier mitspielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, Leute. Tschüss.